Achso, ah. Ja, weil der Komiker da mir gerade nachläuft und mich nicht aufhört zu belästigen. Abstand, hab ich gesagt. Hältst du jetzt mal ein bisschen Abstand, bitte? Oder hältst du das clever, mich vor allem so assoziat aufzukommen? Ja, Mann, das ist der Film Zivilkurat. Ich hör keinen Ton, wenn die anderen reden. Jetzt muss man die Polizei rufen gegen den Typen da. Verschwinde, lass mich in Frieden. Okay, nimm den doch mal in echt rein. Siehst du das? Siehst du das, Digga? Der wird so fallen, Alter. Oh, was? Bitte, was? Seht ihr das, bitte? Ey, kriegt ihr das mit, ey? Bitte, was? Seht ihr die Scheiße? Nimm jetzt das Scheiß-Dreck-Ding, Alter. Ich mach gar nichts kaputt, ich halt sie nur fest. Was los? Das ist nicht mein Problem. Meinst du, mich kratzt das, Alter? Ey, wenn du meine kaputt... Ey, hör auf, hör auf! Warum? Warum sollte ich aufhören? Warum sollte ich aufhören? Nein! Nein! Ey! Was? 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 Das ist echt... Wir haben doch heute einen echten Hörnschub. Ey, das ist umgekehrt. Ey, das ist umgekehrt. Das ist eine Vergangenheit. Er versucht, nach Leuten zu greifen, er versucht, diese Leute zu schlagen, er versucht, diese Leute zu schaden. Und da wird natürlich drüber entdeckt gesehen, weil Drachenlord ja offensichtlicherweise das arme, arme Moppelopfer ist. Ey, ja, nee. Ey, ist klar. Es ist erstmal offensichtlich und zweitens ist es live, dass er den Angriff gestartet hatte. Er hat gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, ja? Und das direkt zweimal am gleichen Tag. Wo bitteschön hat Drachenlord hiermit das Recht, einen Passanten zu schlagen und zu schubsen und auch noch zu riskieren? Oder er provoziert das ja auch noch sogar, dass der Passant eben auf die Gleise fällt und sich vielleicht sogar den Kopf aufschlägt oder sich das Genick bricht. Hier aber eine kleine Entwarnung, aber das entlastet Drachenlord nicht, denn diese Taten, die er macht, die bleiben ekelhaft. Es ist zum Glück niemand wirklich zu Schaden gekommen. Ich möchte euch mal daran erinnern, dass Drachenlord auf Bewährung aktuell draußen ist und der schon mehrmals auf Bewährung draußen war. Und warum eigentlich? Ach, nee, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Ist ja alles nur erfunden. Wie wollen die Drachis das bitteschön gutreden? Wie wollen die das gutheißen? Aber, hey, hallo? An allem sind die Hater schuld? Und die Hater, die erfinden alles auch nur? Und es gibt ja keine Beweise oder so? Ist ja alles nur von den Hatern erfunden. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Aber, ja, er ist ja das arme, arme Mobbing-Opfer, der andere Leute einfach so ohne Begründung angreift. Natürlich! Natürlich! Aber, ja. 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 Aber, ja.